Ich möchte Ihnen ein Zahn gegen Putin versetzen, ein Zahn gegen Putins Krieg in der Ukraine und gegen alle Dispulten in dieser Welt zu setzen. Ich biete die Rektoren der Kunstakademie, Kunstvereine, Musik, Galerie, dass er mir zu tun. Putins Krieg ist inakzeptabel, Putins Angriff auf die Ukraine ist nicht nur ein Angriff auf die Ukraine, es ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Putins Invasion ist nicht nur ein Angriff auf die Ukraine, es ist ein Angriff auf uns hier, ein Angriff auf die Freiheit, ein Angriff auf die Demokratie. Erreden Sie sich bitte und lasst uns eine Minute wie den Rekt und Schwein um unsere Mitgefühle für alle leibenden, betroffenen und vertriebenen Menschen in der Ukraine zu zeigen, aber auch die Menschen in Russland, die gegen das brutal terrorische Putin zu stellen. Erreden Sie sich nicht nur ein Angriff auf die Ukraine, es ist ein Angriff auf die Ukraine, es ist ein Angriff auf die Ukraine, es ist ein Angriff auf die Ukraine. Erreden Sie sich nicht nur ein Angriff auf die Ukraine, es ist ein Angriff auf die Ukraine. Vielen Dank.